Leute, also ich und Lord A haben eine nice Idee, auf jeden Fall haben wir die Idee, dass wir jetzt beide einzeln spielen, er hat 19.840 Trophys, vielleicht hat er gleich mehr oder weniger, weil er ist noch in der Runde und ich habe 19.819 und wir werden gucken, wir werden jetzt 15 Minuten pushen, bis 19.50 Uhr werden wir jetzt pushen, alleine, also ohne den anderen und dann werden wir schauen, wer am meisten Plus Trophäen in einer Viertelstunde gemacht hat, lass also ein Like oder ein Abo da für diese nice Challenge Idee, ich würde sagen, wir fangen dann gleich an, du bist in der Lobby, oder? Wie viele Trophäen hast du jetzt, mach nochmal einen Screenshot, also mach jetzt, wir haben beide Screenshots gemacht von unserem Trophäenschnitt, bevor wir gestartet sind, dann werden wir jetzt vergleichen, wie ist das? Denn wir müssen diese Viertelstunde gut nutzen, also, jetzt, go, wir müssen, wir müssen nicht unbedingt einen Spielmodi machen, wir müssen keinen bestimmten Brawler machen, wir dürfen machen, was wir wollen, wir haben einfach eine Viertelstunde Zeit. Bist du schon mal? Ja. Ich auch. Aber, ich bin ein bisschen dumm, weil ich hab den falschen Brawler dafür genommen, da hatte er natürlich den Vorteil, ich musste Anmoderation machen, der könnte sich vorbereiten. Ich hab auch gleich eine Taktik, die ich verfolgen werde, die ist mir ganz wichtig. Okay, ich hab erstmal hier gewonnen. Ich hab, momentan weiß ich es jetzt nicht mehr, aber wir haben ja fast dieselbe Trophäenanzahl, also. Okay, ich wurde wieder besiegt in dieser selben Runde, wo wir gerade noch waren. Hab immerhin noch Plus-Trophys bekommen. Wir können auch noch zum Glück noch drei, vier Minuten pushen, also, die Zeit ist noch da am Stasel. Leute, ich hab hier jetzt zu Juwelenjagd geswitcht, ich weiß nicht, ob das jetzt schlau war. Noch drei Minuten, also, ähm, wenn auf jeden Fall die Zeit rum ist, darf man die Runde noch zu Ende spielen, ist klar. Aber dann ist wirklich Schluss und... Hey Leute, gerade so spannend diese Runde. Ja, genau. Okay, seine Runde ist vorbei. Okay, Leute, A hat jetzt ein Screenshot von seinem jetzigen Trophäenstand gemacht. Ich bin noch in einer Runde, er kann mir gerne zugucken. Mein Mensch ist jetzt vorbei, Freunde. Lass einfach... Ich warte, ich mach jetzt ein Screenshot von meinem jetzigen Trophäenstand nochmal. Okay. Warte. So. Und... Und habe jetzt 19.863. Ich hab so 30 oder so mindestens plus gemacht, also... Ah, ich hab 22 plus gemacht. Okay, dann hab ich gewonnen. Ja. Krass, aber... Das nice ist, klar, er hat jetzt verloren, aber das nice daran ist... Ich hab dich eingeladen. Ne, das nice ist einfach... Ihr seht das mal. Wir haben einfach gepusht. Und das noch mit einem Video dazu, eine Megabox, die darf er auf jeden Fall jetzt öffnen. Sechs verbleiben, ich werde zwar kein Brawler ziehen, ähm... Aber... Gadgets. Gadgets. Es spieg. Sind nice. Ich bin kein Paul, das geht dir, ich bin nur klein. Jetzt auch, jetzt auch, ihr was auch, ihr, was auch, ihr, die ich oft macht, meine Augen, aber drei genug. Ja, also, es geht jetzt meinen eigenen Song. Caso und Zirkel. Ich bin Caso, mein Future-Gast war Zirkel. Wir haben einen Song rausgebracht, nämlich hell. Mein erster Song, und es wird nicht der letzte. Ich werde jetzt monatlich irgendwie einen professionellen Song rausbringen. Wie ihr schon hier seht, gibt's den auf Spotify. Wenn ihr Spotify, Deezer, Apple Music oder alle Streaming-Plattformen, wenn ihr eins davon habt, gebt da mal einen Caso hell und gönnt euch den Song einfach. Oh, Hehe... Okay? Vielen Dank.